Jutschi, Leute! Willkommen zurück in der Welt von Osborne! Willkommen zu E.D. und... Ich freue mich schon richtig darauf, alles nachquatschen zu müssen. Ach ja, warum habe ich es eigentlich nicht vorher bemerkt, dass mein Headset langsam sich am Arsch geht? Gut. Ja. Äh, ich wusste gar nicht, dass Blau so gruselig sein könnte. Besonders, dass es nicht so richtig blau ist wohl. Es gibt so viele blaue Töne, also ich will jetzt keine Diskussion führen. Jo, Heimweh! Ja. Heimweh. Der liebe Ness hat Heimweh. Hm. Na gut, dann mache ich jetzt mal Platz. Und vorestens gibt es in der Stelle nur sechs Haftwege. Äh, also ich will wirklich da jetzt keine Diskussion führen, was nun blau ist und was nicht mehr blau ist. Weil die Übergänge sind nämlich sehr fließend. Was macht man gegen Heimweh? Man ruft die Mutti an. Immer sehr hilfreich. Ach, ne süße. Boah, das stimmt. Ja, ich hoffe, es fühlt sich besser. Das ist nämlich nervig, wenn er nämlich während des Kampfes Heimweh bekommt. So im Glück kann man das... Entschuldigung. Ich will mir den Status anschauen. Ach, kein Heimweh mehr. Das ist gut. Ich muss ein bisschen auch aufpassen jetzt. Weil ich will wieder das Video splitten. Weil er ist doch ein bisschen mit Neujahr lang geworden. Und ich wollte die Pass nicht mehr so lang machen. Und da ich eh alles nachkatschen muss, müsste ich es auch hinkriegen, das so richtig zu machen. Oh, guck mal. Ein ganzkörperkonträger. Und weg ist er. Aber das System verstehe ich nicht so ganz. Mal haut es Sinn oder mal nicht? Oh, ein Schmetterling. Om, yom, yom. Setz dich auf meinen Kopf und verschwinde in mir. Und was ist das für ein Schwachsinn, das ich da laber? Naja. Ja, he he. Weiter zum Text. Bzw. weiter zum Game. Das sind aber große Eier. Die müssen Emus halten. Es soll ja Emus in Deutschland geben. Die sind ja ausgebrochen. Wo war das nochmal? Ach, die blästle ich mich schon wieder. Ja, es gibt Emus in Deutschland, Leute. Wenn ich solche Emus triff, ich meine die Vögel, nicht die... Die, oh, die Welt ist scheiße gedöhnt. Und ich sage ja dann nein, weil ich sie nicht einfach, ob ich da irgendwie auf eine aufregende Zicke Geld geben soll. Und jetzt dach ich sie tatsächlich mir hinterher. Und bleibt tatsächlich im Busch decken. Tja, Mädels, wenn ich so einen fluffigen Rock tragen soll. Bitch. Na, jetzt äger ich sie einfach. Aber was sollte man machen, wenn man tatsächlich so den Emus vor... äh, über den Weg läuft? Ähm... Gebt lieber den aus dem Weg, weil diese Vögel sind nämlich äußerst aggressiv. Die sollen auch in der Lage sein, einen Beckenhund zu brechen. Also den... Knochenbeckenhund. Ja, da bin ich vor Schäck rausgegangen. So viele Ganzkörperkondome. Äh, ja. Und erst mal herausfinden, wo man lang gehen soll. Blau, blau, ist der Enzian. Störe uns nicht. Wir sind mitten im Gebet. Okay, ich bewege mich. Ich bewege mich aus dem Weg. Ja, gehe jetzt schnell. Bleibt er jetzt da stehen, wo er jetzt hingegangen ist? Irgendwie sehen die aus, als ob sie... ...Pilze geraucht haben. Blaue Pilze. Blau, blau. Ich will hier sonst nur hingehen. Bla, bla, bla. Und da kriege ich eine Antwort. Der hat zu viel geraucht, von diesem Scheiß. Oder die haben einfach blaue Farbe geschnüffelt. Könnte auch sein. Lagunblau, lagunblau. Ja. Wieso lagunblau? Die Farbe draußen übrigens. Ja, ich hab mal hier mehrmals angequatscht. Ist so eine Angewohnheit von mir. Stößt nicht bei uns im Treffen. Ich werd dich eins aufs Maul... Ich werd dir eins aufs Maul hauen! Äh, ja. Mit Pinsel. Aber das lagunblau... Die Hausunter... Die Hauswende, das könnte wirklich lagunblau sein. Das hat ja so einen grünlichen Schick. Ja, eher Stichschimmer, nennt es wie es Wort. Stich, da denkt man irgendwie... Au, das tut aber in den Augen weh. Keine Antwort. Keine Antwort. Keine Antwort. Ja, ich hab da mehrmals gefragt, weil ich dachte... Äh, muss ich die vielleicht mehrmals anquatschen, damit sie mich mal drüber durchlassen? Nö. Da redet ihr was von tollen Lagunblau. Oh, das blau würde ich mehr... ...smokey blue bezeichnen. Ja. Ich glaube, ich hab es schon in einer anderen Folge erwähnt. Das ist eine Farge, also rauchblau. Ach nee, das war ja mit mintgrün. Da ging ich von der Hauswand aus. Also die Häuser, das sieht nämlich wirklich nach mintgrün aus. Hab ich vielleicht smoky blue hier in der Nähe? Ja, in der Nähe, also in der greifbaren Nähe. Ah, hier. B... 45, smoky blue. Ja, Layoutstifte sind nummeriert und buschbar wert. Wie soll er uns anschließen? Ja, gib ab, was du vorhast. Und treffe den großartigen Mr. Carpain, der so schnell wie möglich ist. So schnell das Übersetzen und das in ein ordentlich Deutsch zu bringen, ist nicht so einfach. Ja, Croissant. Und dann krieg ich keine Antwort. Was machen die da? Also beten, verstehe ich, was anderes. Naja, in Illusion of Time sind sie eigentlich gegen die Steinmauer gerannt. Und das dachte sich da... Ja, Steinmetzgen. Was? Du sagst, ich versperre dir den Weg? Das ist nicht wahr, seh doch! Oh. Ja, bei Illusion of Time, da hat die eine Steinmetzgerin tatsächlich ja wirklich dagegen gelaufen. Okay. Grün, grün, oh, das ist das nicht. Ich bin neu hier. Tch. Hm? Sag, wie komisch aus, wie sie gelaufen ist. Okay, damals ging es halt nur nicht anders. Da konnte man nicht so machen, dass es... eine andere so, dass es nicht etwas gibt, das stimmt, mir nichts bringt. Also hat man sie einfach gegen die Steinmauer, was sie bearbeiten wurde, laufen lassen. Eigentlich... Ja, Steinmauer, ne? Meine Steinstatur. Hey, du Anti-Blue-Boy! Du gehst mir auf die Nerven! Ja, und du bist mir im Weg. Oh, verstanden. Jupp. Ganz aufs Maul. Herrlich, oder? Dum-dum-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Man kriegt keine Antwort. Mal, dass ist ja nicht mal ein Labyrinth. Also, ich muss sagen, es ist hier irgendwie keine schlechte Idee, dass man immer durch die Leute durch muss. Also, ein Labyrinth aus Leuten. Wo man den Ausweg finden muss, indem man einige Leute verkloppt. Naja, keine Antwort. Ist auch eine Antwort, nämlich, dass du nicht ansprechbar bist. Ah, wisst ihr, woran mich jetzt die Köpfe so erinnern? An Slimies. Also, bei Dragon Quest. Da gibt's doch auch dieser komische Monster, so dieser Slimy oder Slimer. Ich weiß nicht genau, wie's heißt. Weil ich habe Dragon Quest niemals gespielt. Und hab ich jetzt gerade in Monster Quest gesagt oder so? Sorry, keine Ahnung. Ich meine jetzt Monster... Ich meine Dragon Quest. Mit dem Toriyama-Stil. Also, Toriyama-Charakter-Stil. Äh, Blibli. Ich will... Ah, er versucht so zu lernen, wie man flüstert. Okay. Ja, die sehen doch wirklich aus wie so ein Schleimmonster. Die Köpfe findet ihr nicht? Jetzt sind doch die Stibli Grinsen noch. Gut, dann wäre es doch... Du fremder, ummaskierter Kerl. Du kommst nicht hin, Himmel! Ach, da zieht es auch. Na ja, toll. Jetzt bemalte er mich wieder. Ich kenn zwar den Spruch, angeschmiert, aber angepinselt ist mir neu. So kann man auch leveln. Müsste ich nicht, denke ich, so gepowered sein und die einfach so platt machen, wenn ich meine Träume traue. Sonst hätte es ja funktioniert. Aber kann sein, dass die auch besser stärker sind. Blau, blau. Lass aufwachen. Was ist denn das für ein Problem? Gut, wenn du auf die Toilette willst, geh mal links an der Treppe vorbei. Da ist die Toilette. Und das sage ich wohl gar nicht jemals, die drinnen war. Das ist erst, wenn ich hier drinnen bin. Gibt es denn eigentlich in EarthBond Toiletten? Bei EarthBond 3 gibt es Toiletten. Dein Outfit. Und die Farbe ist verflucht. So ungefähr. Ich muss euch jetzt... Ich habe mich jetzt vergessen. Na, guck mal an, was die schon seit Stunden ihre Runden drehen. Sie drehen ihre Runden schon seit Stunden. Blau, blau. Was macht... Warum soll ich hier... Warum ist hier eine Person ohne Blau hier? Ja, ich bin nun mal nicht besoffen. Blau, blau, blau. Mit dir habe ich schon geredet. Und dann, ich mal. Das sieht normal aus. Das hat wie jetzt halt kein ganz klärten Kondom an. Oh, verschieden. So, ja, oder so. Ja, ja, ich bin so... Ich schrie. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Abhauen. Das wäre meine Option. Oh, guck mal. Die Stato kennen wir doch, oder Leute? Die kennen wir doch. Danke fürs Kommen. Ich habe auf dich gewartet. Jetzt wird es interessant. Ich brauche deine Hilfe, um die Welt blau zu machen. Sie zu besoffen machen. Und eine glückliche, so friedvolle Welt zu erschaffen, wenn alle besoffen durch die Gegend laufen. Willst du meine rechte Hand werden? Wenn du nicht meine rechte Hand sein willst, dann wäre doch meine linke. He, he, he. Naja. Das war nur ein Witz. Der Nächste ist ein Problem für mich und meine Rebellion. Naja. Wow. Was für ein Effekt. Okay, der Splitz wurde von den Franklin Batch zurückgestellt. Und er hat tatsächlich einen Pinsel in der Hand. Ein Pinsel. Sagt er mit der linken Hand auf seinen Tiefen? Aber guck mal, ich halte einen Pinsel in der Hand. Ich bin geil. Und die Franklin Batch sind cool. Wow, das Ding ist auf ihn zurückgekehrt. Wie im Bungerang. Voll in your face, bitch. Kann man das eigentlich so sagen, bitch? Ach. Ist ja eher geschlechtslos, also... Geschlechtswerte frei. Kriegst du eine Hedexe in deine Fresse, Alter. Hier, hoppi hopp. Ja, ich weiß. Eigentlich ist das Rocking, aber... Mir fiel das nicht mehr ein. Winst du es ja, was du am liebsten magst? Dafür mach ich halt Eintechs nur ein. Ich bin süß. Ja. Siehst du, die... Meine Mensch, du hinter mir... Sie ist auch nicht zu übersehen. Seit ich diese Statue habe. Du, ich merkwürdige Dinge. Und ich weiß nicht, ob ich richtig übersetzen kann, weil Englisch ist nicht meine Muttersprache. Also verzeiht mir, wenn ich schwach sein will. Bitte vergib mir, wenn ihr könnt. Ich will ein normales Leben haben. Ich werde alles wieder gut machen. Hier ist der Schlüssel für das Gefängnis in der Berghütte, wo Paula festgehalten wird. Nimm den Schlüssel und geh. Dein Rucksack ist voll. Du sollst irgendwas wegschmeißen. Ja, ich hätte den Kroissant nicht aufsammeln. Ohm, 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 ohm. Yo, lecker. Ja, ja, sprich hier nochmal, weil ich dachte, er fügt mir was Neues hin. Aber tut er ja nicht. Puh. Ja, gib mir den Schlüssel. Ja, das war damals so, dass die Leute über das Silber gelagert haben, größtenteils. Ja, ich hab wieder nochmal angequatscht, weil ich jetzt erzählen was Neues. Nö. Aber ich muss sagen, die Stadt tut ja hässlich aus. Oh, Junge, du hast... Du bist... Du gingst zum Mr. Carpenter und... Du bist... Einmalig! Klasse! Geil! Jupp. Äh, ich hab meine Übersetzungskünsten. Warum lache ich? Es ist so peinlich. Guck mal, es sind nicht mehr so viele Ganzkörperkondome. Hallo. Sieht so aus, als wären fast alle wieder aufgewachsen und weggegangen. Ne, wieso will ich ihn schicken? Ich werde ihn nicht durchschicken. Es sind nur drei Personen hier. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht mehr behalten. Ich gehe weg. Gute Idee. Ja, sonst gibt's ein Witsch. Sorry für alles. Lass uns Freunde sein. Okay, aber bitte, ich ziehe den Gaskörperkondome aus. Wenn ich mit dir so ins Kino gehe, dann denken die Leute, du hast da... Ach, guck mal eine an, Pit. Was für ein schlimmer Haltrum! Irgendwie bin ich aufgewacht. Ness, lass uns wieder Freunde sein. I don't think so. Bitte, antworte mir! Ich verspreche, mir gut zu sein. Okay. Ich trau dir nicht, Alter. Gut, ich vertrau dir nicht. Ha! Ich hab gelogen, sie und... Bis dann, Schletcher... Gut, Schletcher. Ich wollte noch ein Foto-Forsitz-Möglichstest. Weil so niveaulos muss ich nicht werden. Mr. Cuffin, der war wirklich merkwürdig. Aber das waren alle hier. Und damit wieder die schöne, ruhigende Mucke. Oh, äh, nein, hau ab! Denk ich, jetzt hab ich ja eine Chance, es wieder gut zu machen. Ja. Okay. Ich sag auch immer dasselbe. Ich wache auf aus einem Traum. Ich bin aus einem Traum aufgewachen und ich hab so eine scheiß Satzbildung. Ach, jetzt erzählt sie uns was über unseren Heiligtum. Also, ein Hinweis, wo das sein könnte. Was soll ich noch sagen? Ach ja, ich weiß auch, warum ich jetzt dazu neige, immer so zu überleveln. Einfach aus dem Grund. In frühen Spielen war das mit der Fall, dass ich immer wieder immer eins aufs Maul gekriege. Immer und immer wieder, Leute. Und das hat echt so mich geforstet. Darum hab ich irgendwann eigentlich immer dazu so hochzulitten. Weil ich will schließlich auch mal Spaß haben und nicht jedes Mal zigtausend Mal zum Boss hinzulaufen und mich eins aufs Maul zu kriegen und dann wieder von vorne zu stellen und irgendwann zu schaffen, weil ich gerade mal jetzt eigentlich das Level erreicht habe, was erforderlicher, um ihn einen Deckel zu geben, auch wenn er keinen Deckel trägt. Ach, okay, ich kann ihn nicht mit, Mann. Wie schlimm ist das? Nicht so schlimm. Ich meine, ich hab genug Sachen und so sechs, ja, mehr so sieben, sechs, nee, sechs, sieben, oh, das war's. HPs geben die eh nicht, also ist das kein großer Verlust. Ja, er hat ein Geschenk hinterlassen, mein Geschenk war ein Kätz. Was für eine Überraschung. Surprise, surprise. Immer diese dumme Frage, nein, ich will kein Kätz. So freut bin ich auch nicht. Komisch, dass das Haus nicht blau geför wurde. Ich glaube, sie wollen Paula nicht so dermaßen fertig machen. Haben so ein bisschen auf sie genommen. Und da benutzen wir meinen Schlüssel. Juhu, komm raus, meine Süße. Was für ein komisches Danke, Ness. Ja, so gut, Süße. Du siehst genau so aus, wie ich mir vorgestellt habe. Oho. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass viele Leute im Soßen Sorge um mich machen. Nee, zurückgehen wäre vielleicht gefährlich. Ja, aber wir müssen zurück. Ich glaube, ein Fahrer treht total auf den Teller. Aber wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann könnten wir es schaffen. Ich kann auch psychische, und ich habe auch ein bisschen psychische Frauen, die ziemlich tödlich sind. Ja, so tut er auch wenig, aber sie lernst. Lass uns nach Süßen zurückkehren. Hier, dann nimmst du den Teddybär, der wirklich sehr nützlich ist. Ja, Paula hat sich uns angeschlossen. Juhu. Ich mag die Kleine. Sie ist wirklich nützlich. Oh, ja, ja, 30 HP und 10 PP Status. Näs Level 24 und Level 1. Das ist auch kein großer und schießt, mit nur 23 und 23 Level dazwischen. Wie soll ich manchmal Probleme mit 2 haben? Ich weiß nicht. Ja, da muss man doch Angst haben. Corona oder Freeze. Freeze. Finde ich aber interessant, dass sie die Attacke Freeze hat und nicht irgendwie was so typisch Mädchen hat. Naja, das war's dann, Leute, von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. See ya!